Dass es nicht zu viel Luftverschmutzung hat und so, dass es sauber ist und steht nicht unbedingt zu viel, weil da fahren halt auch mehr Autos durch und so, wo dann alles verschmutzt und dass keine Tiere gequält werden und dass man, dass die Kinder nicht arbeiten wollen. Untertitelung. BR 2018